Hallo und willkommen bei BILDNER TV. Kennt ihr dieses Problem bei eurem Smartphone auch? Ihr habt eine Datei, wollt die auf eurem Smartphone öffnen, dann fragt ihr nach dem Programm. Und ihr habt 3, 4, 5 zur Auswahl. Ihr wählt eines aus und nun verwendet ihr immer diese App für das Öffnen dieser Dateien. Aber ihr wollt mal die App wechseln, weil die andere App vielleicht besser ist. Wie macht ihr das? Ein Problem, das sehr häufig bei PDF vorkommt. Und genau an diesem Beispiel zeige ich euch heute, wie ihr die Einstellungen ändern könnt, so dass ihr eine Datei auch mal mit einer anderen App öffnen könnt. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Und ich zeige euch heute, wie ihr eine Standard-App für bestimmte Dateien auf eurem Android-Smartphone festlegt. Ja, und vor allem, wie ihr die auch wieder ändern könnt. Ich zeige das Ganze am Beispiel vom PDF. Dann, das ist ein Beispiel, das die meisten von euch betreffen wird. Ihr wollt eine PDF-Datei auf eurem Smartphone öffnen. Und wenn ihr zum ersten Mal eine PDF-Datei öffnet, dann bekommt ihr immer eine Riesenauswahl an verschiedensten Apps, mit denen ihr jetzt einen PDF öffnen könnt. Und ihr wisst nicht, welche ihr nehmen sollt. Ihr entscheidet euch für eine App. Und natürlich war es genau die Falsche, die das Ganze nicht so schön darstellt, wie ihr das erwartet. Und jetzt möchtet ihr die App wechseln oder ändern. Aber der Standard ist festgelegt. Immer wenn ihr auf einen PDF tippt, wird diese eine einmal ausgewählte App verwendet. Nun, ihr könnt den Standard ändern, indem ihr einfach diese Zuweisung löscht. Wie wir das Ganze machen, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und als erstes gehe ich mal her. Und ich habe hier meinen Samsung A22. Das habe ich mit Kabel am PC verbunden. Dadurch zeige ich euch das Ganze jetzt hier auch schön am Bildschirm. Und ja, schauen wir uns mal an, wie das so aussieht. Ich gehe einfach mal auf meine Dateien. Da habe ich aus dem Internet bereits eine oder mehrere PDFs heruntergeladen. Hier zum Beispiel eine Leseprobe von einem unserer Bücher. Und die öffne ich jetzt mal. Wenn ich die antippe, dann seht ihr, kommt hier dieses Öffnen mit. Und jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Und wenn ihr euch jetzt für eins entscheidet, ich nehme jetzt mal hier Samsung Notes. Dieses hier. Dann müsst ihr euch noch entscheiden, nur dieses Mal oder immer. Wenn ihr auf nur dieses Mal tippt, ja, dann kommt jedes Mal wieder, wenn ihr ein PDF öffnet, dieses Auswahlmenü, wo ihr zur Wahl habt, was ihr verwenden möchtet. Wenn ihr aber auf immer tippt, was ja ratsam ist, dann wird immer dieses jetzt ausgewählte Programm, diese App verwendet. So. Ja, und jetzt öffnet sich auch mein PDF. Ihr seht hier die Leseprobe aus einem unserer Bücher. Also, wenn ihr auf www.bildnerverlag.de geht, dort könnt ihr euch zu jedem unserer Bücher eine Leseprobe herunterladen. Und zu vielen, vielen unserer Bücher gibt es sogar Gratiskapitel. Deswegen werft mal einen Blick auf unsere Webseite. Dort findet ihr unter Smartphones mit Sicherheit auch ein Buch, das über euer Smartphone geht. Denn, ja, von Samsung über Xiaomi haben wir hier alle gängigen aktuellen Smartphones vertreten. Mit etwas Glück könnt ihr übrigens auch ein Buch gewinnen. Dazu schreibt einfach einen Kommentar unter einem unserer Videos. Und mit etwas Glück werdet ihr in unserer wöchentlichen Gewinnspielziehung gezogen. Und dann dürft ihr als Gewinner euch ein Buch aus unserem Verlagsprogramm frei auswählen. So, ich habe jetzt hier Samsung Notes als PDF-Reader permanent zugewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder hergehe und öffne eine PDF-Datei. Ich gehe wieder auf meine Dateien, gehe wieder auf die Downloads. Jetzt nehme ich einfach wieder diese Leseprobe oder den Scan. Ich nehme mal diesen Scan, tippe den an und jetzt seht ihr, kommt die Frage gar nicht mehr, sondern er öffnet das sofort mit Samsung Notes. Und jetzt lade ich aber zum Beispiel aus dem App Store eine App herunter, mit der ich PDFs öffnen kann. Es gibt ja auch den Adobe Reader oder den Foxit Reader. Also viele auch vom PC bekannte PDF-Reader gibt es auch im App Store zu finden, also im Google Play Store. Und ja, wenn ich die heruntergeladen habe, kann ich diese Apps natürlich starten. Aber ich möchte natürlich diese Standardzuweisung auch ändern. Und dazu geht ihr in eure Einstellungen. Also bei Samsung wische ich da einmal nach oben, suche mir hier die Einstellungen. Dann sucht ihr euch die Apps. Da muss ich ein bisschen nach unten scrollen. So, hier finde ich Apps. Und da seht ihr schon Standard-Apps und App-Einstellungen. Das tippen wir an. So, und dann habt ihr hier den Punkt Standard-Apps auswählen. Genau, das nehmen wir mal. So, und bei Standard-Apps, da habt ihr jetzt nur ein paar, ja, wirklich standardisierte Sachen, wo ihr Apps dafür wählen könnt. Zum Beispiel als Browser-App. Was wollt ihr als Standard-Browser verwenden, wenn ihr im Internet surft? Oder welche App wollt ihr für SMS verwenden oder für das Telefon? Das sind hier so diese Auswahlen, die ihr hier zur Verfügung habt. Aber wenn ich jetzt eben zum Beispiel PDF suche, das finde ich hier nicht. Da müsste noch eins weitergehen. Und zwar ganz unten findet ihr diesen Punkt Links öffnen. Da tippt ihr drauf, Links öffnen. Und jetzt bekommt ihr eine Liste all eurer Apps. Und da steht unter den Apps angegeben, welche Links sie öffnen. Aber das ist noch gar nicht mal so interessant. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mal runterscrolle, bis ich zu den Samsung Notes komme, da steht sogar keine. Aber das ist ja auch nur ein Link, der ins Internet führt und hat nichts mit PDFs zu tun, die ich hier lokal gespeichert habe. Ich öffne diese Samsung Notes. Und da gibt es hier standardmäßig geöffnet, Standardwerte löschen. Da steht nicht dabei, für was hier Standardwerte gesetzt sind. Aber ich weiß ja, dass ich Samsung Notes ausgewählt habe als App, mit der ich meine PDF-Dateien öffne. Falls ihr es nicht wisst, dann öffnet einfach mal eine PDF-Datei und schaut nach, welche App das ist. Ja und jetzt gehe ich dann hier bei der App her und lösche einfach die Standardwerte. Einfach hier auf löschen. Und das war's. Jetzt ist der Standard gelöscht. Also alles, wofür Samsung Notes als Standard gewählt wurde, ist jetzt wirklich hier rausgelöscht. Und wenn ich jetzt mal wieder eine PDF-Datei öffne. So, und ich öffne jetzt einfach mal wieder die Leseprobe. Dann seht ihr, kommt jetzt wieder dieser Öffnen mit Übersicht. Und jetzt kann ich mir hier ein neues Programm auswählen. Und da jetzt, da ihr das wisst, ganz wichtig, wenn ihr erstmal nur testen wollt, wo schaut es denn am schönsten aus, dann wählt euch eine, ja, hier eine App aus. Und tippt einfach nur auf nur dieses Mal. Und erst wenn ihr euch sicher seid, die App, das ist jetzt die, die ich haben will, dann tippt ihr hier unten auf immer. Und dann ist der Standard festgelegt. Und wenn ich jetzt hier wie zum Beispiel Office nehme, dann müsste ich einfach nur wieder auf meine Apps gehen. Links öffnen, also Standardwerte ändern, Links öffnen und die Office-App suchen und dort einfach die Standardwerte löschen. Und schon kann ich das wieder neu zuweisen. Ja, ihr seht eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wo man suchen muss. Das ist leider bei Smartphones häufig so, dass sich die Optionen etwas verstecken. Aber dafür habt ihr uns von BILDNER TV, die euch zeigen, wo ihr das Ganze findet. Ja, und damit wir euch auch weiterhin helfen können, abonniert uns am besten und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keins unserer Videos. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Lasst mir noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.